Munkmarsch. Gemütlichkeit mit maritimem Plus. Einst war Munkmarsch der wichtigste Hafensülz. Geblieben ist ein Fährhaus im viktorianischen Stil und ein verwunschenes Dörfchen, das wohltuende Ruhe garantiert, aber auch das Herz von Wassersportlern höher schlagen lässt. Im Hafen kann man Surfen, Segeln und Wakeboarding erlernen. Die frische Brise gibt's gratis dazu. Außerdem verführen die schönsten Wanderwege der Insel zu ausgedehnten Spaziergängen. Kein Wunder, dass die tobelfreie Gemütlichkeit am Wattenmeer zunehmend Fans von außerhalb findet. Typisch für Munkmarsch sind alte und neue Klinkerhäuser im Friesenstil mit tiefgezogenen Reetbächern und grünen Hecken ringsum. My home is my castle. Der perfekte Ort für Individualisten mit sportlichen Ambitionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017